Ich hab nix von dir. Ich hab nix von dir an deinem... an deinem... an deinem... Türe zumachen, du Depp! Ja, okay. Wohin am Rand. Ich hab nix von dir gewünscht rein. Ach, ehrlich. War ein schöner Wald. Eigentlich könnten... Eigentlich könnten wir zwei so'n unterirdischen Gang machen. Das hab ich doch vorher schon mal erzählt, oder? Mhm? Aber gut, dass du selber drauf gekommen bist. Jaja, unterirdischer Gang war schön. Der dritte... LOL, Alter, wie viele Bäume? Der dritte... für die Welt... äh, der dritte Welt, wie soll das sein? Wollen wir jetzt nach unten linken? Warte, komm mal, guck mal. Huh? Boah. Da unten links, guck mal, voll geil, oder? Können wir doch einen Park machen, oder? Wollten... Ja? Wollten wir da nicht mehr, oder? Gibt, ich glaub, hier unten so ein, sind die Ernte-Maschinen. Ah, wo meinst du? Ja? Ja, ich wollte grad sagen, da muss doch unsere... die Maschine hin. Ich glaub, die passen da dahinter noch hin, oder? Jo... Die ist ja echte wunderbare Lagune hier. Was? Muss man sagen. Äh, LOL, wer hat hier sein Haus gebaut? Du, die sieht jetzt nicht ausgeschissen aus. Aber danke für das Kompliment. Ich hab das Künstliche Zeug gemacht. Alter... Ach, das ist Jonas, sein Haus. Warum stehen hier eigentlich so viele Bäume? Hier können jede Menge Viecher spawnen. So, okay, lass doch. Absehe. Äh, Juli? Hm? Ähm... What do you do? Dein Haus wird ja auch nicht grad klein. Nö. Also, heute werden alle nicht klein. Man ist klein, Chef. Jetzt bin ich quasi skriminiert von euch. Ja, was ist hier unten? Hat jemand Bock in der Fett zu trinken? Was? Was? Was machst du denn da? Wo soll ich dir ausfühler-Helfer? Nö. Jedes Zimmer hat einen anderen Boden, oder was? Klar, immer. Ich bin ausgesperrt. Haben wir nur Spaß. Okay, ich wollte doch sagen, der ist doch ein Knopf. Alter, ich mache mal die ganzen Bäume weg. Äh, ne, lieber nicht. Was hab ich? Was hab ich? Äh, kann sein, dass Timbo-Mod gerade nicht mehr funktioniert. Äh, äh, kann sein, dass Timbo-Mod gerade nicht mehr funktioniert. Äh, äh... So ist... So ist die es jetzt um 20. Mal sein, dass es denn normal ist so wirst. Ja, ne, wo ich meine Axt? Du hattest keine... Doch, doch. Alter, wann die Bord in den Hof der Bord? Ja, ne, 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 ne... Alter, der soll... Der ist immer wieder Konfi. Alter, der soll... Der soll mal wieder Konfi... Was macht denn der? Was macht denn der? Ja, Bäm. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Super, und jetzt ist er ja wieder ausgegangen. Alter, ey. Alter, ey. Alter, ich muss jetzt noch ein bisschen Werbung machen für... Let's Play Anno, ey. Ich muss Werbung machen? Let's Play Anno, let's Play Anno. um ab jetzt machen lässt der Anruf er was wir an an wenn man das mal der Liedler dann er erinnert werden aber er wird er einfach noch aufgebaut schlicht der Bündnis und andere machen und die wohl 20 70 machen Er kann ja auch mit dir ein Multimapen. Warst du das? Ich wollte einen mit Yannis vielleicht, wenn er das bei hat. Er muss spielen, Muschel. Hey, Yannis, du kannst schon modernere Spielen. Ich hab so 14 Euro und dazu braucht kein PD. Ja, Lukas. Lukas Muschel mit ihm reden. Kommt jetzt ein Flickhör? Lies? Julien? Ja? Kommt er mit, Kölf? Äh, Kunstig? Ja. Äh, ja, eigentlich schon. Okay. Ja, okay, warte, Lukas, Lukas. Wenn er nicht mitgehen wird, würden wir alle bei dir mitfahren, oder wie? Was? Wenn er nicht mitgehen wird, würden wir alle bei dir mitfahren. Ja, und deine Schwester? Nein, ich war so. Ich hab ja nur gesagt, es wäre gegangen, da hab ich wieder meine Mutter mit. Ja. Ja. Alleine aus dem Grund habe ich gesagt, dass wir es nicht mehr so machen hätten können, weil da muss man ja nicht auf Konji mitgehen, weil ich nicht alleine sein kann. Ja, stimmt. Ja. 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 Ja, ich muss meinen Bettplatz erst neu machen, das dauert noch zwei Sekunden. Ich schaff das. Ich schaff das. Was ist denn schon ein Bett? Kann man schon einen neuen Bettplatz machen? So, ich lieg. Und irgendeiner läuft nach oben. Und ich werd von den Ausnahmen kürzen. Ja, wie ist denn, da… Ja, ich höre auch, Juli. Youri. Man, das war Lukas. so gut wird und mit dem Bau einnehmen was mich hier ist der Prozess er nachdem er auch Karten alle schlafen so ist er nicht schlafen Nein, wir tun nur so. Okay. Nee, ich bin nicht der Einzige. Nee, da ist noch einer. Ja, du, du schmarrst nicht. Nee, MoV. MoV läuft ja nicht. Alle nicht schlafen, außer ich. Ist ja klar, Janis hat es wieder verfeilt. Nein, ich habe es nicht verfeilt. Ich habe das aufgeräumt, was ich nicht mehr brauche. Und ich bin jetzt auf dem Weg in meinen Haushaltsverhaltraum. Ich lege jetzt. Du liegst nicht. Doch, du liegst. Du bist in den Nachbarn. Ich bin jetzt noch eingemann. Ach, hier ist noch mal ein Ausnahdedor. Warte, lass mich das hier noch schnell wieder aussohlen. Ja, lass mich noch kurz mein Haus reparieren. Schöpfearieren. Dein Haus was? Schöpfearieren. Jetzt beginnt es Enderman. Ja, höre ich auch. Ja, der war gerade echt ninder mit. Leute, ich weiß nicht, ihr habt solche Prothäuser, das ist meins voll klein. Aber was zu glücklich ist, wollt ihr da reinbauen? Ja, keine Ahnung. Genau, deswegen halt ich meins zu klein. Alles ist so klar und so, das ist gerade gespielt. Ne, ich habe das so ein Video gesehen mit den besten Einrichtungen. Ach, und, and, people! Krass, nur. Alter, Junge, du hast dich gebaut und nicht, aber...